Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dämt mit dem Flo und dem Tommi von den Alchemisten und dem Herr Currywurst von das Mods da ist. Ich weiß allerdings nicht welches. Oh, ich wusste, dass der das war toll. Ich glaube, er ist auch Mary. Hier liegen schon mal Batterien für euch, Jungs. Hier ist ein Utschabrett. Ja, hier nicht. Okay, also Konzentration. Curry ist, äh, Curry, welches? War das jetzt dunkel oder hell? Hell. Ja, das ist gut. Ähm, was für Monster bist du? Ich bin immer noch, ich nehme immer diese, äh, wie heißt sie? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Mary. Oh nein, okay. Mary ist die Beste. Stimmt, die ist echt die Beste. Das war die Bitch. Boah. Entschuldigung. Die Samara. Das ist nicht die Sorge. Boah, krass Curry. Ja, überall gar nichts. Was soll das denn? Und auch keine Schlüssel, ey. Ich hör auf jetzt damit. Ich lass es. Oh, anderer Raum. Aber, also hier liegt ein Schlüssel. Ne, das ist kein Schlüssel. Wir, wir müssen mal gucken, dass wir während der Damned-Aufnahme, dass einer wirklich so ein Found-Wort oder so auch im Team-Speak hat. Das wäre, glaube ich, ganz schlimm. Ja, ja, sonst muss man sich hier die ganze Zeit stumm stellen, ne? Das ist halt schwierig mit der Aufnahme, dass man dann, dass man das dann auch irgendwie hört. Das wäre aber echt lustig, ja. Oh, hier ist ein Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Ah, super. Einen alten Schlüssel. Ich habe auch einen Schlüssel. Deine, ich will mal das sagen, deine Mutter, aber das kann ich ja nicht, weil der Curry beleidigt ist. Guck mal meine Füße an, wie meine Füße tanzen können. Entschuldigung. Ich bin ja auch ein bisschen konzentriert. Ich bin ein kleines Mädchen. Willst du spielen? Ich glaube, ich gehe in den Schrank. Ah, ich habe Schüsse. Oh, den Schrank kenne ich. Da habe ich mich früher oft versteckt. Laber nicht. Ich habe das Gefühl, der ist hier. Ich bin hier. Boah, Alter, habe ich mich gerade erschreckt vor dem Pfarrer. Ja, weil die Tür auf einmal aufgegegen und dann stand da der Pfarrer und ich so. Oh, mein Gott. Juri, du ekelhafter. Meine Füße sind ekelhaft. Lass du, die hat so viele Füße, Mann. Juri, ich gucke die die ganze Zeit an und die hat echt scheiß Füße. Ja, was erwartest du? Die Arme ist voll tot. Ja, und da kann man sich doch wenigstens die Füße pflegen in der Hölle oder im Himmel. Ja, aber die ist durchsichtig. Das kann die doch nicht. Nee, ich bin nicht. Also, wenn einer nicht durchsichtig ist, dann bin ich es. Das ist aber übrigens wieder eine neue Map, ne? Gerade soweit. Diese Map haben wir noch nie gespielt. Und ich weine. Okay. Ernsthaft, ich wurde teleportiert und genau in den selben Raum teleportiert. Ich habe mich zu weit weggewagt. Oh, Flo, wie sieht der Raum denn aus, Curry? Oh, da hat jemand versucht, die Tür zu öffnen. Oh, Gott. Okay. Öffne sie lieber nicht zu schnell. Gott, wenn Männer das machen, das ist immer so gruselig. Wenn die mit der Stimme am Schluss... Gott, ich glaube, ich weiß, wo der Curry ist. Deutsch. So hochgehen. Ich gehe mal hier weg. Das ist mir jetzt so heikel. Tommy. Ich habe deine rote Mütze. Du Sau, gib sie wieder her. Der Tommy, kein Spaß, Mann. Also, einer ist gerade an der Tür vorbeigelaufen. Hier, die ging auf gerade. Ganz, ganz schnell. Ich habe dich gesehen. Der ist bestimmt nicht von uns. War immer hinter mir noch. Oh, Mann. Hä? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Das ist so crazy. Ich sage es euch. Wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin in so einem riesigen Labyrinth verloren. Voller komischer Gänge. Ich weiß, wo es lang geht, Flo. Okay. Oh, die Tür ist aufgegangen hier. Ich kann dich führen. Sag es nicht. Wir sind in einem neuen Abschnitt mehr. Können wir leider nicht sagen. Ja, ich auch. Ah, da vorne. Was ist das denn hier? Okay, Mann. Oh, da liegt eine... Sollen wir die mitnehmen? Ja, ja. Mach das mal. Jemand hat meine Puppe geklaut. Oh, nein. Hat er gar nicht. Hier ist ein Schlüssel. Ich habe noch mehr. Ich habe Steal Key. Bakery. Ich bin ganz allein. Toll. Oh, hier ist meine Batterie. Ja, nimm mal. Ich hatte gerade noch eine genommen. Ah, hier ist auch noch ein Schlüssel. No, wir werden dich retten. Und wir werden mit ganz vielen Schlüsseln... Schlüsseln zu dir kommen. Mutter, brauch was zu essen. Aber hier gibt es keine Tür. Ich habe so keine Ahnung, wo ich hier bin. Das ist so creepy alles. Ey, was ist denn jetzt los? Warum kann ich hier nicht hoch? Was ist das denn? Hoch? Wo musst du denn hoch? Ich muss nirgendwo hoch. Okay, dann sag das auch bitte nicht. Probierst du mich sehr? Aufmachen? Eide. Oh, Mann. Hier ist auch noch eine Tür. Das wird nicht gehen. Ich rieche euch. Ich habe so schiefst. Du könntest jetzt hier an jeder noch so kleinen Ecke stehen. Es würde es natürlich helfen. Flo ist jetzt echt alleine. Der Arme. Nicht mehr lange. Und ich habe hier alle Türen aufgemacht. Jetzt in dem Stockwerk. Wenn die irgendwann da hinkommt. Aua. Ach, hier noch. Und jetzt Batterie. Ist auch noch eine Batterie in der Mitte. Oh, hier ist noch ein Schlüssel. Ja. Und hier ist noch eine Batterie. Okay, bei mir ist es komplett dunkel. Ich glaube, ich mag. Was? Hallo! Ach, die Scheiße! Ach, die Scheiße! Was? Wer schreit da? Stirb doch mal jetzt. Nein! Nein! Wer war das hier? Ernsthaft? Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Hallo, Flo. Dreh dich doch mal um. Nein! Nein! Oh Gott, ich glaube, wir gehen wieder runter. Hier. Weg hier. Weg hier. Okay, komm, komm mit. Oh Gott, du. Oh Gott, ich bin zerschrocken. Die Party fährt doch gerade erst an. Oh Gott, ey, du bist fünfmal so knapp an der Vorbeigerand. Ja. Da hast du Schweineglück gehabt. Sie ist mich jetzt hier ein. So. Hier oder was? Ja, wir sind schon alles, ne? Ja, geht es hier hinten nicht noch weiter? Nee, die ist vorbei. Scheiße. Ja, das ist jetzt. Dann müssen wir doch wieder hoch. Sollte Fluff an uns jetzt etwas dagegen gehen? Du bist wieder hoch? Nein. Hier und der Tür. Hier. Die geht nicht hoch. Hallo. Ach du Scheiße, sie ist da. Rent. Rent. Ach nee, der kann noch nicht. Der kann noch nicht rennen. Ich kann noch nicht rennen. Scheiße. Wo denn? Ah! Oh Gott. Der geht hinter mir, Leute. Yes! Alter, nein! Gute Nacht. Kacke. Gute Nacht, kleine Pandoria. Schlaf tief und fest. Nimm meine Leiche. Ich habe ganz viele, also drei Schlüssel, habe ich gefunden. Aber immerhin. Nimm sie ruhig. Nee, wartet noch, wartet noch. Bevor ich sie selbst hole. Ich bin nicht ganz hoch gekommen. Dort ist meine Leiche. Niemand weiß natürlich jetzt, was ich meine. Vor allen Dingen nicht, weil... Alter! Was denn? Nicht hier rein, nicht hier rein. Raus, 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 raus. Kannst du nicht einfach so meinen Rücken anleuchten? Du hast gesehen, oh Gott. Ja. Oh Gott, wir sind so im Arsch. Oh Gott, ich bin wieder ins Labyrinth gelaufen. Wo ist das zur Hölle? Wo ist das? Wollte ich doch nicht mehr machen. Ja, du musst uns das zeigen. Ich weiß absolut auch nicht, was er meint, weil da waren ja eigentlich alle Türen zu. Oh Gott. Scheiße, ich weiß schon wieder nicht, wie ich hier rauskomme. Wo ist das scheiß Labyrinth? Lauf zurück, lauf mal zum Tommy. Da, da. Oh Gott. Komm mit. Äh, ach du Scheiße. Die Party fährt doch gerade erst an. Nein, gar nicht. Ach du Scheiße. Guck mal, ob du hier was auch... Hallo Pandoria. Okay, er ist an meiner Leiche anscheinend. Ich würde doch gerne mal Currys sich gerade sehen. Ich kann jetzt nicht mehr vorbei. Ich komme die Treppe nicht hoch. Ist das dein Ernst? Machen wir die Türen zu, Flo? Die ganze Seite steht dann so und guck durch das Kumpelloch. Ich mache hier alle blöden Shop-Laden auf. Was ist das da rechts gewesen? Ich bin gerade beim Tommy. Tommy, ich habe da eine Sicht. Kannst du mal nach... Ah, okay. Hier? Ja, das war... Ja, ja. Das Ding. Alter. Was? Ich habe mich gerade vor mir selbst erschrocken. Da ist nichts drin. Okay. Ich habe mal alle Türen hinter uns zugemacht. So, also da kommt er zumindest nicht nach. Hier ist noch eine Tür. Oh, die ist verschlossen, leider. Was? Das war es. Also nur die eine Tür da ist noch offen. Oh mein Gott. Ich sehe schon wieder die Hände überall. Ich glaube, gleich portet er sich bestimmt hier rein. Wir müssen hier raus. Ich sehe da vorne noch eine Tür, die zu ist. Er sagt, mach die Tür auf. Klopf, klopf. Oh Gott. Oh Gott, es wird dunkel bei mir. Es wird dunkel bei mir. Aber was war das denn? Da hat was geblinkt. Es wird sehr dunkel bei mir. Oh Gott. Bleib doch hier. Da, da. Geh zurück. Geh runter. Die liegt da fast direkt auf der Treppe. Jetzt, 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 jetzt. Ich hoffe, die ist nicht in den Boden gesunken, weil dann können wir eigentlich das Spiel... Du läufst bei mir hier noch. Ach nee, hier bist du. Da, da, da. Ah, super, super, super. Oh Gott. Ich muss wieder ins Labyrinth. Ich hab mich jetzt echt in dem Raum versteckt, mir reicht. Ich bin raus. Aber kann es noch so ein super psychopathisches Monster geben? Flo ist ne Pussy. Also hier bin ich falsch. Also ich muss sagen, an der Beobachtungssicht müssen die auf jeden Fall noch was machen. Das ist einfach viel zu hektisch. Hakelig, ne? Ne, nicht hakelig, ich krieg so diesen Motion Blur, wenn ich dann halt die ganze Zeit so gebannt zugucke. Ich will voll hier Pussy. Ah. Oh je, Tommy. Geh zu. So. Sag mal, hast du noch Toilettenpapier, Tommy? Was? Guck doch nicht gegen die Wand. Ah. Hallo. Oh Gott. Ich weiß, was du tust. Oh Gott. Tschüss. Okay, ich hab die Tür offen. Ich hab auch den, ich hab den Endschlüssel, glaube ich. Fuck. Komm doch mal raus. Ich komm auf gar keinen Fall raus. Komm raus. Ich bin nochmal zwei Treppen hochgekommen. Alter, wie riesig dieses Gebäude ist. Das gibt's doch nicht. Er ist weg, oder? Ich hab die Endtür gefunden. Ich hab die Musik gerade aufgehört. Okay, ist die verriegelt? Ja. Ja, die Tür ist zu hier. Wir hätten da, also er hat da auf jeden Fall was. Ich hab den Endschlüssel, glaube ich, ja. Komm schon, Flo, wir schaffen das jetzt. Wo bist du? Ganz oben. Ganz oben. Boah, krass, ich häng hier fest. Gibt's noch ein Stockwerk über dem Mittleren quasi dann, wenn du sagst, ganz oben. Wo geht's denn da hoch von dem Mittleren aus? Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich bin am Arsch. Wenn ich hier rauskomme, bin ich tot, glaube ich. Oh, meine Lampe flackert. Ich glaub, solange kann er gar nicht da sein. Nee, ich bin leider schon längst wieder weg teleportiert. Solange dauert das leider gar nicht. Die Sache ist, wer glaubt es dir. Okay, ich zieh's durch. Oh Gott, das wird dunkel. Ich hör den Schreie. Ah, nein. 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 Nee, fuck, ey. Ich renne dir doch los. Oh Gott. Deswegen würde ich niemals mit euch TTP spielen. Ich soll das machen. Oh Mann, ey. Da hab ich dir so eiskalt vertraut. Scheiße. Nein, ey. Oh mein Gott. Der Endschlüssel. Shit, ey. Hals. Wir waren so kurz davor, Flo. Scheiße. Oh Gott. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo du liegst. Oh, scheiße. Ganz unten. Ganz unten vor der Tür, die nicht aufging vorhin. Ah, jetzt. Ey, wer ist das jetzt? Ah, das. Oh mein Gott. Oh, die Uhren. Nee. Hast du's gesehen, Pan? Ja. Ja. Was denn? Gut reagiert. Meinst du, wie du da in die Tür reingelaufen bist? Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Siehst gut aus. Hallo. Ah, iiiiih, mit den Augen. Das ist wichtig. Oh Gott, ey. So, trau ihm bitte nicht. Trau ihm nicht. Egal. Ja. Und geh erst recht nicht raus, wenn er sagt, er hat sie schon längst weg teleportiert. Warum lässt du nur den Kopf so hängen, Mann? Was ist denn los mit dir? Oh Gott, ich bin ganz so geimpft. Oh Mann. Okay, Flo. Weiß Bescheid. Ha? Habst du dich jetzt gar nicht gedacht? Hm. Ja, ja, du bist richtig. Du bist richtig. Nee, 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 nee. Nee, auch nicht. Nee, du darfst jetzt nicht kommen, bitte. Hier kommt das böse Mädchen. Nein, hier kommt nicht das böse Mädchen. War das doch? Boah, da war so ein kurzes Gesicht, ey. Oh. Hast du, ähm, hast du die Sachen vom Tommy? Nee, noch nicht, glaube ich, oder? Nee. Ach so, dann musst du die... Ach so, doch, hast du schon, oder? Guck mal, rechts bei deinen Schlüsseln, ich glaube, du hast die schon. Nee, ich habe nur einen, glaube ich. Ach so, weil, ja. Ach so, krass, weil ich kriege die noch angezeigt bei deiner Sicht gerade, aber dann liegt das daran, dass ich die... Dann gehen wir da in den Raum. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ach so, ja, ja, ach so, doch, ich wäre... Ach so, das war ja doch da, oh Mann. Ja, oder was? Nee, 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 nee. Nee, nee. Noch weiter hoch, genau. Oh, Flo. So, hier nach... Nee, andere, na, ja. Äh, ein bisschen nach rechts. Leuchte hier mal ein bisschen auf den Boden, hier. Müsste eigentlich gleich eine sein. Ja, war das hier? Oder? Oh Gott, ich kann mich... Nee, es war... Die Tür müsste auf jeden Fall offen sein. Die Reise ins... Ach nee, da hinten war das. Ja, ja, doch, genau. Ja, ja, geht ins Labyrinth quasi. Nein, schlaf jetzt ein. Du musst doch nicht alleine sein. Ja, ich komm, ich dich... Oh Gott! Ja, nein! Der ist ja genau hinter mir. Ach, schlaf! Ah, Gott. Aber gut geholt, Curry. Oh, krass, ey. Wie er mich verarscht hat. Ja, Tommy, ne? Ja, Curry, das... Also, wenn ich dich das nächste Mal sehe, du... Ich wollte dir nur die rote Mütze bringen. Ja, ja. Hast du... Hast du gut gemacht. Ja, auf jeden Fall wieder danke fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber ich möchte eine Runde nochmal spielen, wo ich mich so richtig erschrecken kann. Bitte. Ja, okay, eine spielen wir noch. Machen wir, machen wir. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bye, bye. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.